Hallo Leute, willkommen auf dem Kanal ComedyPur. In diesem Video zeige ich jetzt noch einmal zum Abschluss die Match-Tags-Summe-Apple von 2008-2019. Weil es ist jetzt nicht mehr geplant, dass es in irgendwelche Pack-Openings zu kommen, deswegen werde ich jetzt noch mal zum Abschluss, so wie immer, die Summe-Apple nochmal komplett zeigen, wie die jetzt aktuell aussieht. Da wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr viel ändern, deswegen. Dann zeige ich immer alles so, die Puzzleteile von der Meisterschale sind komplett, da sind alle da. Dann Augsburg, das sieht so aus, da fehlt noch mir die Karte da. Also ansonsten, glaube ich, da fehlt auch noch welche, das sind dann so einige Lücken, da fehlt noch eine, also das fehlt noch viel. Dann Hertha, sieht so aus, da habe ich vorne, glaube ich, alles, ja. Und nur der da unten fehlt, sonst habe ich alle von Hertha, sonst sind alle komplett, außer der da unten, der Matchwinner fehlt noch. Dann Bremen, da fehlt noch die Karte. Und das war's, sonst ist es komplett. Dann Dortmund fehlt die Klubkarte. Und der da unten noch. Und die beiden noch, da habe ich leider kein Glück gehabt, dass ich der Matchwinner so rausbekommen habe von Dortmund. Sonst sind alle da. Dann Düsseldorf, sieht so aus, da sind, glaube ich, auch so gut wie alle komplett. Ich glaube, da fehlt auch nur die eine da unten, genau. Sonst ist auch alles komplett bei denen, nur der da unten fehlt. Dann Frankfurt fehlt der Torwart. Sonst sind alle, glaube ich, auch, nee, da, nee, da fehlt auch noch die zwei Stücke, sonst alle auch alle da. Dann Freiburg fehlt auch der Torwart, sonst sind, glaube ich, sogar komplett, oder? Nee, da, nee, da fehlt noch eine Matchwinnerkarte, glaube ich, oder Hedrick, keine Ahnung, fehlt da noch sonst. Dann Hannover ist wieder, da fehlt noch die eine. Und da noch eine, sonst alle wieder da. Dann Hoffenheim, da fehlt noch die Karte, sonst alle komplett da. Dann Leipzig, da fehlt noch die Karte da, die man an der Spiegelung nicht so sieht. Die fehlt dann noch in der Mitte und sonst alle da, glaube ich. Ah, nee, da fehlt auch noch eine und hier noch eine, sonst alle wieder da. Dann Leverkusen, sieht so aus, da sind vorne alle da, alle komplett. Und auf der Rückseite fehlt dann noch eben die eine da unten. Und da ist noch die Club 100. Ich habe ja auch alle Club 100 Karten diesmal zum ersten Mal auch zusammenbekommen, zum ersten, allerersten Mal. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie alle Club 100 zusammen haben, aber auch die Matchex-Extension 100er. Ja, und da unten fehlt noch die, dann Mainz, fehlt noch die Karte, da unten. Und da noch eine, sonst alle da. Dann Gladbach fehlt noch oben rechts eine. Sonst sieht das auch, glaube ich, komplett aus. Ja, nee, da oben rechts auch nochmal einmal. Und sonst alle war da. Dann bei Bayern, da fehlt nur der Torhüter, nur Manuel Neuer fehlt, sonst sind alle komplett von Bayern. Nur Manuel Neuer fehlt, als Karte fehlt, sonst sind alle komplett. Dann Nürnberg, fehlt auch der Torwart, dann fehlt da noch einer. Auf der Rückseite ist, glaube ich, komplett. Nee, da fehlt auch noch einer. Dann Schalke, fehlt noch der eine da unten, auf der rechten Seite. Sonst, glaube ich, auch alles komplett. Nee, doch nicht, sonst noch nicht ganz komplett. Dann Stuttgart ist, glaube ich, der einzige Verein, der komplett ist. Von den normalen Match-Tags. Ja, nur Stuttgart ist komplett, da habe ich wirklich alle Karten. Dann Wolfsburg, da fehlt, glaube ich, auch noch eine. Mindestens eine. Ja, die da oben links fehlt noch, sonst sind auch alle bei Wolfsburg, alle komplett. Dann die Zweitliga-Karten, kommen wir zu denen. Da habe ich Aue, alle beiden Karten gekriegt. Union Berlin sind beide da. Bielefeld ist beide Karten da. Dann Bochum fehlt die eine. Darmstadt sind auch beide drin. Dann Dresden fehlt eine. Duisburg fehlt eine. Fürth fehlt eine. Dann Hamburger SV sind beide da. Heidenheim fehlt eine. Ingolstadt fehlt, glaube ich, auch eine. Ja, Kiel sind beide Karten. Auch die Hedrick-Karte ist auch eine Hedrick-Karte gewesen, die zweite. Dann Köln sind beide da. Magdeburg, glaube ich, auch. Nee, Magdeburg fehlt auch die eine. Dann Paderborn sind beide da. St. Pauli fehlt eine. Regensburg sind beide da. Und Sandhausen zum Abschluss sind auch beide da. Und dann kommen wir schon jetzt zu den Match-Checks-Action. Von den Match-Checks-Action-Karten, die normal sind jetzt vorbei. Dann Augsburg habe ich alle drei Karten. Dann Hertha habe ich alle drei Karten. Bremen sind alle drei Karten. Nee, Bremen doch nicht. Bremen fehlt eine. Eine Karte fehlt da doch. Da habe ich auch alle, aber da fehlt auch eine. Dann Dortmund fehlt auch noch eine Karte. Dann Düsseldorf habe ich alle drei. Bei Frankfurt fehlt auch eine. Dann Freiburg, alle drei Stück. Hannover, alle drei Stück da. Hoffenheim fehlt noch eine. Dann Leipzig sind alle drei Karten. Leverkusen sind alle drei Karten. Und Mainz sind auch alle drei Karten. Gladbach genauso alle drei Karten. Bayern genauso. Und Nürnberg fehlt wieder eine Karte. Dann Schalke fehlt noch eine. Bei Stuttgart fehlt noch eine. Und bei Wolfsburg fehlt auch noch eine. Dann kommen die Kapitänskarten. Da habe ich von Augsburg, Hertha. Die von Bremen fehlt noch. Dann von Dortmund ist da. Düsseldorf fehlt es da. Frankfurt ist da. Welche war da? Da fehlt noch einer auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches ist. Dann Hannover ist da. Hoffenheim ist da. Leipzig ist da. Leverkusen ist da. Freiburg ist da. Ach, Freiburg. Mainz meine ich. Dann Gladbach ist da. Bayern ist da. Dann fehlt da die von Nürnberg, glaube ich, fehlt da noch. Dann Schalke, Stuttgart und Wolfsburg sind auch da. Dann kommen wir zu den Newcomern. Da habe ich auch so viele da. Augsburg-Dormula ist da. Dann fehlt da die eine. Da fehlen da zwei Stück. Sonst scheinen alle drin zu sein. Der fehlt auch noch eine. Das sehe ich jetzt erst. Dann da fehlt noch eine. Die oben rechts. Sonst sind die alle da wieder. Und die bei Stuttgart fehlt auch noch. Die Newcomer. Dann die Torjäger. Da fehlt die von Bremen. Sonst sind alle wieder da, glaube ich. Und ja, sonst fehlt hier keiner mehr vorne. Und die Rückseite, da fehlt noch der. Da fehlt noch eine. Von Leverkusen müsste es, glaube ich, sogar sein. Dann von Gladbach ist da. Bayern ist da. Nürnberg. Von Schalke fehlt noch. Und von Wolfsburg sind noch da. Dann kommen wir zu den Matchwinnern. Und der Klub 100. Da fehlt die von Augsburg, habe ich noch nicht. Dann von Hertha und Bremen ist da. Dortmund auch. Dann Frankfurt, da fehlt noch eine. Das Düsseldorf müsste es sein. Die fehlt noch. Dann Freiburg ist da. Hannover, da fehlt auch noch eine. Dann hier die Klub 100 ist drin. Dann fehlt die von Leverkusen. Dann von Mainz ist da noch. Dann fehlt da noch. Die von Gladbach, die von Bayern ist drin. Dann fehlt da, glaube ich, Nürnberg. Ja, fehlt. Dann Schalke. Denn die von Stuttgart ist noch drin. Und die von Wolfsburg fehlt noch. Und schon kommen wir zu den letzten Karten. Die zweitligisten Karten haben wir jetzt noch. Aue. Alle, Aue ist komplett. Dann Nürnberg, ach, Aue komplett. Dann Union fehlt die Klubkarte. Dann Bielefeld fehlt ein Spiel. Dann Bochum fehlt ein Spieler. Darmstadt ist komplett. Dresden fehlt die Klubkarte. Duisburg fehlt die Klubkarte. Fürth fehlen noch zwei Karten. Da fehlt ein Spieler und die Klubkarte. HSV, Hamburgersv fehlt noch die Klubkarte. Sonst hat er auch da. Dann Heidenheim fehlt noch ein Spieler. Ingolstadt ist komplett. Kiel ist komplett. Köln sind beide da. Also fehlt ein Anni. Wer fehlt noch eine? Dann fehlt noch ein Spieler. Magdeburg fehlt nur die Klubkarte. Und bei Paderborn fehlt auch noch ein Spieler und die Klubkarte. Und dann auch bei St. Pauli fehlt auch noch die Klubkarte. Dann Regensburg ist komplett. Und Sandhausen fehlt noch die Klubkarte. Ja, dann die beiden unnötigen, meiner Sicht, unnötigen Turbostartkarten. Habe ich auch beide bekommen. Und dann kommt es durch die limitierten. Einmal hier Lewandowski aus dem Starterpack. Raffei aus dem Superpackchen. Ich weiß gerade nicht, welches Video es war. Auf jeden Fall war heftig. Dann Müller. Da war, die war, glaube ich, Blister, glaube ich. Wir können mal gucken. In der Liste. Ich glaube schon. Ja, Müller ist Blister. René Adler ist auch Blister. Dann Alario war die Minisammeldose, glaube ich. Strenzel war aus dem Adventskalender. Barker Lords aus dem Adventskalender. Dann auf der Rückseite sind noch welche. Also Davy Selke von der Bravo Sport. Naldo aus der Bravo Sport. Evaton war, glaube ich, auch aus der Bravo Sport. Götze müsste es sein. Ja, Götze ist aus der Sport Bild, glaube ich, gewesen. Demir Bay aus Multipack. Reus, glaube ich, war auch. Ja, war auch Multipack. Und dann noch Thomas Müller aus dem Magic-Action-Booster. Also Magic-Action-Packchen. Und dann noch zum Schluss Kai Havertz aus der Bravo Sport. Ja, und das war es von den Match-Tags 1819. Meiner Sound-Mappe. Da wird jetzt höchstwahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Also das war es. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich aufs nächstes Jahr, aufs nächstes Jahr auf die nächsten Match-Tags warten. Falls sie noch kommen, ist noch nicht geklärt. Auf jeden Fall sonst bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.